ja hallo Henrik und hallo Leute das Video kommt jetzt erstens ein bisschen spät das war der Film und zwar Sponsor Pack von Thunderboards ja willkommen habe ich erstens das Stick hier einmal das hier das sieht echt cool aus und einmal das Stick hier und noch das Wild Shape hier doof ist weil ich habe aus Versehen mein also das Unboxing Video gelöscht aber ich zeige euch mal was ich jetzt alles bekommen habe ja mein Sponsor Pack wird ein bisschen viel spät bei dir ankommen es ist zwar jetzt eine doofe Ausrede aber bei uns du kennst sicherlich den Laden Sky oder naja ja Sky bei uns diese diese Sky Supermarkt da wo die Poststelle auch drin ist ähm ist eingesackt weil da wo ich wohne da ähm das liegt auch unter einem oder über einem Moor und das ist dann eingesackt und erst in zwei äh ne nicht in zwei Wochen sondern in paar Tagen öffnet die neue Poststelle bei uns in der Stadt und das wird ein bisschen dauern deswegen und deswegen wollte ich mich erstmal entschuldigen und die äh erstens die Sachen Zeit die ich bekommen habe und und du kriegst dann die Prototype Box 2 die sieht so aus hier am Ende ist dann so das habe ich extra gemacht so so das das hier so ein bisschen drüber guckt das habe ich dann extra so gemacht und ja die kriegst du dann erstmal ca. 25 cm in der Länge ähm und dann wie gesagt das Manual Pad ne von Funk Ramp Industries ähm ja deswegen das wird ein bisschen verspät lang kommen und ja du kannst es mal googeln äh das hier bei uns ein Gardebusch ähm ähm mh die der Skyladen oder Sky im Supermarkt eingesackt ist also deswegen ist bei uns die Poststelle hier ein bisschen total finn auf ja und also in ca. 3-4 Tagen wird dann die neue Poststelle aufgemacht und ja dann werde ich das auch gleich abschicken nur deswegen ähm kommt das ein bisschen verspätet aber natürlich werde ich dir auch öfter Packs schicken hm einmal im Monat ca. 1 und ach ich hoffe du bist mir deswegen nicht böse aber naja denn haut rein dann 0 0 0 0 0 0